Hallo, vor Prüfung und wenn du dich beim Sport richtig schlapp fühlst, hast du bestimmt schon mal Trabenzucker gegessen. Das gibt neue Energie für Gehirn und Muskeln. Ein anderes Wort für Trabenzucker ist Glucose und es ist in allen Lebensmitteln mit Kohlenhydraten enthalten, zum Beispiel in Honig, Obst, Gemüse, Brot und Süßigkeiten. In diesem Video geht es um die Nutzbarmachung dieser Energie. Der erste Schritt dieser Zeratmung ist die Glykolyse. Du wirst mehr über den genauen Ablauf, die Energiebilanz und Regulation erfahren. Beginnen wir mit dem Ablauf. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten! Probiere es am besten. Probiere es am besten. Probiere es am besten. Probiere es am besten. Probiere es am besten zu lösen. Aber sie wird mit den Metern ab 땅 HAchati вdubär. Untertitelung des ZDF, 2020